Sie sind hier, 7. Dezember 2018, 18.49 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Michael Allendorf spielt seit 2010 bei der MT Melsungen, Urheberrecht, Getty Images, bei der MT Melsungen hat das Verletzungspech wieder zugeschlagen. Mit Michael Allendorf fällt bereits der sechste Spieler längerfristig aus. Handball-Bundesligist MT Melsungen hat weiter mit erheblichen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, er litt links außen Michael Allendorf einen Sehnenausriss am Mittelfinger der Wurfhand und fällt rund vier Wochen aus. Der 32-Jährige ist der sechste Verletzte, der über mehrere Wochen fehlt. Auch Nationalspieler Julius Kühn, Tim Schneider, Michael Müller, Marino Marik und Oma Gottsch-Baflowitsch müssen ersetzt werden. Punkt. Melsungen hatte zuletzt bereits reagiert und den Schweizer Nationalspieler Roman Sidorowitsch für den Rückraum verpflichtet.